Jetzt ist Game Over, Steinzeit's Ledersofa, heute Abend fliegen Töne aus Rolls Range Rover, Steini on the Block, Rolf checkt noch den Sound und hinter dem Vorhang wartet KuchenTV. Wait! KuchenTV? Das ist doch dieser Typ, der mich nicht lustig findet. Ha! Den werde ich zeigen, Alter. So, du Kuchen, was ist das Weiße im Vogelkacker, ne? Hä? Auch Vogelkacker. Komme gerade vom Fitnesstraining, zwei Stunden auf dem Laufband waren echt gut, nur das ständige Piepen und das Kassieren haben mich ein bisschen genervt. Machst du wieder Witze? Pass auf, Patient, guten Morgen, Herr Doktor, daraufhin, der Doktor, haben Sie ein Augenproblem? Der Patient, ja, woher wissen Sie das? Der Doktor, nun ja, Sie sind nicht durch die Tür, sondern durchs Fenster reingekommen. Ja, hey, dumme, dumme, Alter, ich bin's, Lars, okay? Komm mal weg vom Mikrofon. Nimm dir mal eine Auszeit, Alter, komm mal weg vom Mikrofon. Wie soll es gehen? Ja, lass das Mikrofon los. Komm mit, bitte, komm mit. War nicht so witzig, Lars, ne? Ja, war schon cool. Ja gut, dann viel Spaß bei Steinzeit, so. Ich nicht witzig.